Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen in die Glowcon Bag gucken, die echt riesig ist. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glow konnte ja das letzte Mal nicht stattfinden. Dieses Mal hat sie ja als Online-Event stattgefunden. Das war ja diese Charts Edition. Und ja, normalerweise bekommt man ja diese Bag dazu, wenn man irgendwie ein ganz spezielles Ticket sich gekauft hat. Dann konnte man die sich abholen und dann wurde diese Bag quasi recycelt. Steht hier auch drauf, dass die upcycled wurde. Und ja, das ist quasi die alte Bag von dem nicht stattgefundenen Glow-Event. Und sie ist prall gefüllt. Man hat sie für 29,95 Euro bestellen können. Man kann sie Stand heute. Heute ist der, oh mein Gott, Zeitgefühl. 20.06. für 29,95, wie gesagt, plus 4,95 Euro Versand bestellen. Und die ist einfach krass. Mit 180 Euro Wert befüllt. Alle Produkte kann man natürlich nachbestellen bei DM, wenn man möchte oder nachkaufen. Und sollte es die Bag noch geben, verlinke ich euch die unten in der Infobox. Und jetzt gucken wir mal zusammen rein. Ich habe schon bei Shikitas Place ein bisschen in das Video reingespoilert, also mich persönlich gespoilert. Ich weiß grob, was drin ist. Also ich habe immer so weitergeklickt, weil ich wollte mich nicht zu sehr spoilern lassen. Und ja, ich greife einfach rein. Das erste, was ich rausziehe, ist von Outdoor Freaks. Eine Bambuszahnbürste. Nachhaltige Zahnpflege. Ja. Ich mag nicht gerne Holz in meinem Mund. Nein, bin ich ehrlich. Mag ich echt nicht so gerne. Deswegen, die wird dann wahrscheinlich zum Putzen verwendet. Oh mein Gott, das ist so traurig. Aber es ist ehrlich, Leute. Bambus ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Das haben wir durch sehr, sehr viele Bambuszahnbürsten in unseren Beauty-Boxen tatsächlich schon erleben dürfen. Ja, aber ich bin kein Fan von Bambuszahnbürsten, bin ich ehrlich. Aber ich putze damit tatsächlich. So Stellen, wo du so nicht ganz normal rankommst, finde ich das ganz praktisch. Das ist klasse. Das ist etwas für die Füße. Von O'Keefees for Healthy Feet. Eine Fußcreme. Garantierte Linderung für extrem trockene, rissige Füße. Also das können wir sehr gut im Sommer gebrauchen. Ich laufe unfassbar viel Barfuß. Ja, ich passe auf. Wir haben sehr viel Klee im Rasen und der blüht auch aktuell. Mein Freund mäht aber morgen Rasen. Dann ist das vorbei mit dem blühenden Klee. Da haben wir natürlich super viele Bienen. Da passe ich auf, dass ich da nicht reintrete. Aber ja, meine Füße sind halt dementsprechend aktuell etwas mitgenommen. Und können sehr gute Fußpflege gebrauchen. Da habe ich jetzt aktuell von Balea eine in Anwendung, die neue. Oder die aktuelle, die jetzt gerade so neu drin ist. Die finde ich auch sehr schön. Aber danach wird die hier kommen vor Extremely Dry Cracked Feet. Also das passt auf jeden Fall. Finde ich cool. Das gefällt mir. Und dieses O'Keefees, die machen ja so eine richtig krasse Handcreme, glaube ich auch. Also diese ganz berühmte, die Männer halt auch so viel bekommen. Ich glaube, das sind sogar Männerfüße hier hinten drauf. Sehr geil. Finde ich klasse. So, dann habe ich hier etwas zum Naschen drin. Proteinbar Brownie Core Bare Belts. 12 Gramm Protein sind hier drin. Kein zugesetzter Zucker. Das finde ich auch schön. 35 Gramm. So eine Proteinregel, den habe ich mal schnell weggesnackt. Das ist ein Frühstück oder ein kurzes Abendbrot oder so. Ich mag sowas tatsächlich sehr gerne. Hatte das auch schon öfters mal in Beautyboxen drin. In Foodboxen. Und nicht jeder mag diesen sehr pappigen Geschmack oder pappiges Mundgefühl, was diese Proteinregel verursachen. Ich persönlich mag es eigentlich ganz gerne. Und finde es halt einfach so als To-Go Frühstück auf Arbeit zum Beispiel super toll. Und ja, freue mich darüber. Also das ist ein positives Produkt. Dann habe ich hier etwas drin von EcoSmile, Mara Expert, Interdentalbürsten, ISO 2 Mittelfein. Auch das ist wieder Holz, ne? Ja, so könnt ihr euch vorstellen. Das wird dann wahrscheinlich auch zum Putzen verwenden. Ich habe Interdentalbürstchen, aber meine Zahnzwischenräume sind sehr, sehr eng. Also ich habe sehr, sehr enge Zähne. Also meine Zähne sind halt nah beieinander, ne? Und dementsprechend kann ich mir nicht diese mittleren oder großen oder wie auch immer Interdentalbürstchen dazwischen schieben. Die kleinen, feinen aus Gummi sind schon schwierig. Das kriege ich auch nur mit Mühe und Not hin. Und mit sehr, sehr viel Blut. Und ich glaube, das ist auch nicht gut. Und das war ein Reim. 100% Birkenholz. Ja, also entweder, wie gesagt, zum Putzen. Mein Freund kann sowas safe auch zum Modellbau verwenden. Also von daher, ja, man kann sich das auf jeden Fall, für irgendwas kann ich das auf jeden Fall verwenden. Finde ich dann eigentlich ganz praktisch. Acht Stück sind hier drin. Ne, also ich zweckentfremde gerne ein Produkt, merkt man, ne? Dann habe ich hier von Lavera Naturkosmetik. Pure Beauty Hautbildverfeinerndes Fluid mit Biominze und natürlicher Salicylsäure. Mattiert die Haut, bekämpft Hautunreinheiten für unreine Haut und Mischhaut. Klimaneutral. Das Produkt benutzt man im dritten Schritt der Reinigung. Steht hier hinten. Also erst machst du die Reinigung, äh, erster Schritt der Gesichtspflege, erst die Reinigung, dann das Gesichtswasser oder Toner, ne? Dann das Fluid, das hier, oder Serum kannst du dann nehmen. Und dann als vierter Schritt die Akuthilfe, was auch immer das heißen soll. Aber gut, da kann ich mir vorstellen, dass man sich dann da so, ähm, Teebaumöl zum Beispiel auf die Unreinheiten gibt oder so. Also ich habe meine Hautpflege gefunden, die mir sehr gut gefällt. Das ist von Beauty Mates, das ist von Dalton. Da komme ich echt gut mit zurecht. Ähm, ja, ich glaube, das hier wird eher weiter wandern, weil ich das, ich würde ewig brauchen, bis ich das aufbrauche. Weil das würde ich mir, weil ich ja eigentlich keine Mischhaut habe. Ich habe ja, wenn dann nur hier so, ähm, Masken oder hier Unreinheiten, ähm, durch die Periode zum Beispiel, die vor einer halben Stunde gekommen ist. Danke, Los Vochos, danke. In meinem Urlaub. Ich hätte vorheulen können. Egal. Auf jeden Fall, ähm, dann würde ich das ja nur hier in diesem Bereich verwenden. Und dann, äh, nein, habe ich andere Sachen von Dalton zum Beispiel, die mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, wird dann demnächst mal verlost werden, ne? Dann habe ich hier, oh, das ist schon etwas demoniert hier, wow. Äh, von Red Pure Kaltwachsstreifen, ähm, Minimum an Inhaltsstoffen. Das ist natürlich nett. Ich benutze keine Kaltwachsstreifen, bin ich ehrlich. 20 Kaltwachsstreifen plus zwei Pflegetücher. Oder zwei, ja, das ist dieses hier. Ja, also das, wie gesagt, habe ich mal eine Zeit lang probiert. Ähm, ich weiß nicht, irgendwas mit meinen Haaren stimmt da nicht mit überein. Das funktioniert einfach nicht so gut, ne? Ähm, ähm, entweder epiliere ich oder ich, rasiere. Entharungcreme funktioniert bei mir auch nicht so. Sammy, willst du mir helfen? Haben wir vorhin dann schon zugekriegt? Sorry. Genau. Also die werden auch demnächst mal weiter wandern, ne? Aber per se ganz schön, ne? Für sensible Haut, Körper und Beine. Ja, also an den Beinen ist mir das immer ein bisschen zu viel Mühe, muss ich gestehen. Da bin ich zu faul für. Hallo. Ich glaube, Sammy denkt auch, dass was für ihn dabei ist, aber ich glaube eher weniger, dass da was für Hunde mit drin ist. You Glow Girl von B10. Das ist ein Gradual Glow Tan Mist. Glowing Skin is Always In. Get Glowing Girl. Okay, das ist irgendwie ein Glow Mist. Okay, ja, das kann man sich auf den Körper geben. Das kann man sich auf die Arme, Beine, Körper, Gesicht, bla. Face and Body steht hier auch drauf. Schön. Ähm, ähm, ähm. Glänze, wie du noch nie zuvor geglänzt hast. Bräunen leicht gemacht dank diesem, ah, graduellen Selbstbräuner für Gesicht und Körper. Ach so, das ist ein Selbstbräuner. Okay, dann wird das weiter wandern, denn ich habe für meinen Körper, ähm, da habe ich letztens in einer Glow Pro Box tatsächlich was drin gehabt, was ich ausprobieren werde. Und für mein Gesicht habe ich von Beauty Mates die Selbstbräuner Booster. Und das reicht mir vollkommen aus. Also da brauche ich nicht noch mehr, ne? Weil so selten, wie ich Selbstbräuner verwende, eigentlich habe ich das nie verwendet. Fürs Gesicht mache ich das super selten, aber ab und an, so einmal die Woche, ein Tropfen in die Tagescreme mit rein, ne? Das gibt mir dann nach zwei Stunden so ein bisschen Bräune, dass man ungeschminkt gebräunt aussieht quasi. Finde ich ganz schön, weil sonst habe ich ja einen dicken Lichtschutzfaktor drauf und dann, äh, ja, ist halt mein Körper brauner als mein Gesicht. Das sieht dann manchmal etwas weird aus. Aber, ja, genau deswegen, das wird auch weiter wandern. Ich mache jetzt in diesem Video keine Verlosung. Ich mache ja super häufig sonst irgendwelche Verlosungen, zum Beispiel von individuell zusammengestellten Beauty Boxen. Abonniere gerne meinen Kanal, falls du sowas nicht verpassen willst, ne? Das mache ich in jedem zweiten Video oder sowas gefühlt, ne? Dann sage ich das auch immer und blende das mit ein. Genau. Hier habe ich jetzt von The Beauty Mask Company Crazy Cactus Bubble Mask. Ach, wie witzig. Eine Bubble-Tuchmaske, Tiefenreinigung und Super Glow. Kann ich gegebenenfalls heute Abend direkt mal ausprobieren. Mit Kaktus und Wasserlinie. Das finde ich interessant. Das sind solche Tuchmasken. Die legst du auf dein Gesicht und während dann quasi die Maske auf deinem Gesicht ist, reagiert sie mit dem Sauerstoff, der dann ja um dich herum ist, weil Atmen und so, ne? Muss ja. Und dann kommen die Bubbles. Das ist fancy. Und das soll dann halt hautreinigend sein, weil diese Bubbles dann natürlich in die Haut, wie auch immer, angeblich rein können und dann alles die Poren von innen in die Poren und den ganzen Rotzelpumpen-Kram raus. Keine Ahnung, ne? Aber ja, da ist das dann wohl irgendwie für gedacht. Aber das mache ich dann heute Abend einfach mal drauf. Dekorative Kosmetik ist ja auch mit Bein. Na, guck. Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss. Schön. Ja, das ist einfach ein klarer Lip Gloss. Finde ich schön, dass sowas mit dabei ist. Essence ist ja auch, ne, sehr vertreten in der Drogerie, soll man mal so meinen, ne? Und der kommt dann auch in meinen Full Face dekorative Kosmetik mit rein. Dann werde ich das mal ausprobieren. Doch, das ist doch schön. Ja, das ist cool. Und einen klaren Lip Gloss kann man immer gut gebrauchen. Das hat mich eben schon so angelächelt, weil das ist ja nicht nur ein Oschi, sondern da steht Wassermelone drauf. Und ich liebe diese Banana Hair Food Maske, ja. Die ist so gut. Die kannst du als vorher auftragen und lange einwirken lassen und dann duschen gehen machen. Die kannst du unter der Dusche als Conditioner, also nur kurz einwirken lassen oder lang einwirken lassen und dann ausspülen als Haarkur oder später als Leave-In. Aber das funktioniert bei mir nicht so gut. Und das hier ist jetzt Volumen. Oh, schön. 3 in 1 Maske für feines Haar. Hier steht es auch drauf. Das ist vegan. 98% biologisch abbaubare Formel. Dermatologisch getestet. Pflanzliche Öle ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Das ist schön. Also ich habe jetzt aktuell noch eine in Anwendung von Langhaar Mädchen und danach wird die hier mit in meine Dusche kommen. Und dann wird die ausprobiert. Och, Wassermelone. Ich liebe diesen Duft. Boah, ist das geil. Ja, das ist Sommer. Das gefällt mir. Das ist schön. Yay. Also, ne, ernsthaft 29,95 für die Box plus 4,95. Versand davon auch nicht vergessen. Also knapp 35 Euro. Die Box ist auch gut für die Bag. Cool. Ab und an ein Schluckchen Wasser trinken, weil ich heute ziemlich viel filme. Ja, ich glaube, das ist auch eher weniger was für mich. Shapeworld.com, ne. Ich bin kein Freund von Abnehmprodukten, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte damals selber eine Essstörung. Dementsprechend mag ich das nicht gerne, wenn halt solche Produkte groß irgendwo vermarktet, vertrieben oder wie auch immer werden. Denn ich kriege so, so häufig Kooperationsanfragen zu solchen Produkten. Und ich finde es immer ein bisschen schade und sage dann immer ab, weil, ne, selbst geschädigt und so. Das will man ja nicht. Und, ähm, ja, per se kann man solche Shaker auch verwenden, um sie mit Wasser zu befüllen und dann zu trinken. Herzlichen Glückwunsch. Aber, naja, dann hast du hier so ein Netz mit bei. Dann haben wir hier so ein Schokolade Shape Me gedönsen. Finde ich persönlich nicht so geil. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich überhaupt kein Fan von. 20 Prozent mit Glow 20 hast du auch noch mal dabei. Also, wer das möchte, gönnt euch hart. Ich möchte da keinem irgendwo reinquatschen, ne. Jeder hat sein eigenes Körpergefühl. You do you, sagt man ja immer so freundlich. Aber, ähm, nee. Also für mich ist das wirklich nichts. Und, äh, ich unterstütze sowas auch in keinster Art und Weise. So. Dann geht die Party weiter. Boah. Die hatte ich tatsächlich, okay, die ist auch mit Wassermelone, mit, ähm, Grünkohl. Das ist diese Garnier Skin Active, ähm, Tuchmaske 5 Minuten, Ampullenserum Blar. Und das hier ist jetzt die mit Wassermelone. Glättend. Finde ich total schön. Und, äh, ja. Die werde ich, oh, mache ich die dann nach der Bubble Maske? Mache ich die zusammen? Mache ich beide Masken? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich liebe es eigentlich, mir so eine reinigende Maske zu machen. Und danach dann halt direkt so eine richtig geil feuchtigkeitsspendende Maske. Das fühlt sich, ohne Witz, probier das aus. Das fühlt sich hammermäßig an. Weil deine Haut so richtig schreit, gib mir Feuchtigkeit. Wenn man so eine klärende Maske gemacht hat, dann macht man so eine Feuchtigkeitsmaske und die Haut sagt, ja, endlich hat sie mich gehört. Und das fühlt sich halt wirklich so an, ne? Und deine Haut ist ja das größte Organ. Und sie, sie, du, also daran merkt man ja viele Sachen, ne? Psyche, Körper, bla, alles siehst du an deiner Haut. Und vielleicht gönne ich ihr mit Wassermelone. Also ohne Witz, das mit Grünkohl war schon geil. Also muss ich wirklich sagen, ich habe das ja mit Grünkohl ausprobiert. Das war wirklich gut. Eine schöne, wohltuende Maske, ne, Simi? Der guckt mich auch an. Brauchen, wo ist eigentlich mein Leckerlieb? Ja, sowas darf auch nicht fehlen, auch wenn ich es nicht verwende. Von Batiste das Trockenshampoo. Jetzt haben wir hier die Geruch, ich wollte gerade Geschmacksrichtung sagen, die Geruchsrichtung Cherry mit dabei. Erfrischt das Haar, ohne auszutrocknen. Ja, ne? Kann man sich gönnen. Aber ich bin ehrlich, ich dusche jeden Tag mit Haare. Tatsächlich, auch wenn das nicht alle toll finden und sagen, oh Mann, man darf nicht so oft seine Haare waschen. Sorry, ich mache das. Ich bin 32 Jahre alt, ich entscheide darüber und ich finde, dass ich das darf. Und ja, ne, weil ich mich sonst einfach nicht gut fühle. Ich habe das jetzt in meinem Urlaub versucht, dass ich mal wirklich einen Tag nicht geduscht habe. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich auf der Müllkippe geschlafen, Leute. Wirklich gar nicht geil. Gerade wenn es so heiß ist. Ich mag es einfach nicht. Ja, und Trockenshampoo hilft mir da auch einfach nicht, weil ich da dieses, man sagt ja auch immer, Trockenshampoo gibt Griffigkeit. Ich finde, das gibt den Haaren einfach noch mehr Spackigkeit. Ich mag es einfach nicht. Deswegen ist das nichts für mich. Aber diese Glowback, die ist ja einfach immer sehr prall gefüllt mit den unterschiedlichsten Produkten von den Menschen oder von den Firmen, die ja auch auf der Glow vertreten sind. Deswegen vollkommen legitim. Also da ist ja auch ein breites Spektrum dabei. Geil, das sind wahrscheinlich, ja, Augenpatches. Hydrogel Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Das ist cool. Also ich muss mir echt die ganzen drei Masken, die ich hier habe, erstmal schön in den Kühlschrank packen und dann gehe ich duschen und dann mache ich mir die nacheinander drauf. Beziehungsweise die Eyepatches kann ich mir schon kombiniert drauf machen. Mal gucken, ich kriege das schon hin. Finde ich ja geil. Richtig geil. Das gefällt mir. Das ist cool. Ich mag es lieber, boah, wenn ich heute eine Meckertante. Ich mag es wirklich lieber, wenn man diese Pöttchen nimmt, weil die einfach nachhaltiger sind, sagte sie und hatte immer so viel Müll. Ja, ich weiß, aber ich mag es einfach lieber. Dann hast du halt ein Pöttchen, hast da 30 Anwendungen drin, also 60 Pets drin und die sind a. günstiger, viel, viel günstiger und b. hast du einfach viel weniger Verpackung. Ja, aber wie gesagt, jeder so wie er meint. Dann habe ich hier noch natürlich eine Lippenpflege mit dabei von Bio Vegan Skin Food mit Bio Hanf. Ja, schön. Das gefällt mir. Drehen wir doch mal das Logo nach vorne, dann sieht man das auch schöner. Das ist vegan und ich glaube, Bio Vegan ist auch so eine, ja, Bio Marke halt, so eine relativ grüne Marke. Und mit der Hand finde ich das einfach witzig. Ja, sowas ist halt auch Unisex ist für mich auch cool. Das heißt, dass nicht nur ich das verwende, sondern auch da mein Freund z.B. mit mir mit. Letztens hatte ich einen kleinen Fail. Ich hatte ihm meinen Lippenpflegestift gegeben und das war echt rülkig. Und ich wusste nicht, wofür er den anwendet und dann war ich bei ihm halt und also an seiner Bettseite und dann stand er halt rum und ich hatte trockenen Lippen und ich habe mir den drauf gemacht und das hat er gesehen und der guckte mich nur mit großen Augen an. Was ist los? Ja, ich habe den letztens für meine Nase verwendet, weil die trocken war. Egal, egal, wie es in 15,5 Jahre zusammen war darf. Es war schon etwas weird. Okay. So, dann habe ich hier einen Beauty-Booster mit dabei von Catrice Collagen Hydro. 14 Sticks, 4 Gramm, das ist eine 2-Wochen-Solution, also jeden Tag nimmst du dann wahrscheinlich eine Hyaluronsäure, Aloe Vera-Extrakt. Es gehen ja aktuell viele Marken auch zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Auch da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Man sollte sich halt immer vorab mal so ein bisschen mit dem Arzt kurz schließen. Und wenn man dann irgendwie vorhat, solche Produkte zu verwenden, einfach mal fragen, wie sieht es aus? Darf ich sowas verwenden? Und nicht, dass du halt irgendwelche Sachen da mit drin hast, die du nicht brauchst. Weil man sollte jetzt auch nicht alles mögliche überdosiert nehmen, bevor man sich dann irgendwas reinhaut, was man gar nicht nehmen sollte. Hier haben wir auch noch ein Parfum mit dabei. Sowas finde ich ja cool, dass sie einfach einen Full-Size-Parfum reinhauen. Auch das in meine Full-Face-Beauty-Boxen für den Monat Juni. Es ist Oliver, Fields-Like-Summer, Woman oder Toilette. 30 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich schon mal schön. Hört sich auf jeden Fall nach einem schönen sommerlichen Duft an. Das finde ich klasse. Gucke ich mir mal an. Oh, schön. Ja, also der Flacon ist jetzt relativ unspektakulär in der Theorie. Ist halt so eine Halbkugel. Und hier hast du halt die Blumies, die dann so durchgucken. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Probieren wir mal. Hey. Achso. Ja, diesen gelben Nupsi sollte man entfernen, Claudia. Sonst kann man es nicht runterdrücken. Riecht schön frisch. Also das riecht nach einem tollen Sommerduft. Also ich bin mal gespannt auch, wie lange sowas dann hält. Also quasi auf der Haut hält. Ich mag auch gerne, wenn Parfums langanhaltend sind. Das heißt, wenn ich dann morgens zur Arbeit fahre, mache ich mir Parfum drauf. Morgens um sieben. Und dann sollte der Duft bestenfalls bis mittags halten. Und dann kann man ja noch mal in der Pause nachlegen oder so. Aber nicht, dass ich dann ständig nachsprühen muss. Aber der riecht schon mal sehr, sehr gut. Den könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich den auf der Arbeit hinstelle. Es riecht auch sehr, ja, nicht so, es riecht nicht aufdringlich. Es riecht auch sehr universell, dass quasi jede Frau in jeder Altersklasse das verwenden könnte. Dann habe ich hier noch ein Produkt und das ist ein Oschi von DERV. Der mal testet reparierende Pflege. Serum Body Lotion mit Ceramid Aufbauserum. Wow. Das ist ein Riesen-Oschi von 400 Milliliter. Das finde ich großartig. Also das würde ich dann entweder für mich nehmen oder für eine, eine meiner Mütter. Mama, Schwiegermama in Spähe, Stiefschwiegermama in Spähe, Stiefmama, alle. Mal gucken. Hab ich jetzt meinen, nee, ich wollte schon sagen, meinen Nagel jetzt abgemacht habe ausgesehen. Ich rieche mal dran. Typischer Darfduft. Ein bisschen mehr für reifere Frauen, würde ich sagen. Also jetzt nicht so blumig, fruchtig, tralala, sondern schon, aber es ist ja auch extra ein Aufbau Ceramid Serum. Ich creme mich jedes Mal nach dem Duschen ein. Ja, ich gehe da als Vorreiterin voran. Ich finde es auch sehr wichtig, aber ich habe auch super trockene Haut. Ich muss. Dann habe ich hier ein Lippenprodukt drin. Das habe ich tatsächlich schon in der Schoko-Variante von Alverde Naturkosmetik, das Lip Scrub Juicy Orange. Das ist dieses hier. Ja, finde ich auch schön, dass es mit dabei ist, aber wie gesagt, ich habe es jetzt in Schoko noch da. Habe ich genug zu Hause. Dann haben wir hier noch was zu snacken. Das finde ich auch schon von Seeberger Snack to go. Ein Nuss-Trio, geröstet und gesalzt in Proteinquelle. Wäre natürlich super geil, wenn das in einer richtigen Glowback drin gewesen wäre. Also wenn das hier eine Glowback für die Glow gewesen wäre, weil dann hätte man das auch wirklich snacken können über den Tag. So Nüsse, die geben halt super viel Energie, die sind mit vielen Vitaminen und guten Fetten drin. Also das finde ich schön, ne? Das finde ich echt lecker. Ich werde mir das so mal zwischendurch können. Huch! Ach, guck mal. Hier haben wir, oh, noch so ein Bräunungsvier. Ich habe ja schon gesagt, ich habe einen schon in der Glowpro-Box drin gehabt. Noch eins brauche ich jetzt echt nicht. Von Bondi Sands, The Australian Tan. Self-Tanning Foam, light to medium. So. Ist schön, aber wie gesagt, ich habe jetzt einen Selbstbräuner-Mousse da, wo ich gesagt habe, komm, das werde ich jetzt in meinem Urlaub, der noch eine Woche geht, einen Monat, wollte ich sagen, schön wäre es, ausprobieren. Und, ja, aber ich brauche jetzt nicht noch ein Backup. Also das würde, das reicht mir echt vollkommen. Das wird auch demnächst mal verlost werden oder vielleicht möchte ja irgendwie aus meinem familiären oder freundschaftlichen Umfeld sich daran, oh, erfreuen, guck mal, ich habe eine, was ist los hier? Ich habe eine Lidschattenpalette hier drin. Amazing Wow Edition Eye Contouring Palette von Manhattan. Okay, ich mag keine länglichen Pfändchen. Das ist schon mal so ein kleines Problemchen, was ich mit dieser Palette habe. Aber ich finde die Töne eigentlich ganz schön, weil sie sehr vielfältig sind. Also wir haben hier wirklich so wärmere Töne, dann gehen wir in den neutralen Bereich, dann haben wir hier so ein Petrol, den lilanen Bereich und den sehr dunklen Bereich. Ist eigentlich eine recht tolle Palette. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich demnächst so einen Full Face Manhattan am Start oder so. Wäre vielleicht mal eine Idee, dann würde ich die dafür einfach mal aufbewahren. und mir dann auftragen und die mit euch zusammen testen, muss ich mal schauen, weil ich aktuell sowieso mich so ein bisschen durch diese unterschiedlichen Marken durchteste, mal wieder und Full Face schminke. Das ist zum Beispiel mein Full Face Kiko. Ich glohe echt krass vor mich hin. Und ja, mal schauen. Also das kommt auf den Vielleicht-Behaltig-Stapel. Sag ich mal. Okay, dann habe ich hier das nächste drin. Okay, das werde ich aber auf jeden Fall nicht verwenden. Das ist Elegant Touch London Velvet Nude. Das sind einfach Klebenägel. Nee, also das ist nicht meine Welt. Ich hatte damals Gelnägel, also künstliche Fingernägel. Was ich geliebt habe, was ich echt toll fand, das hat die Simone, also meine Nagelfee, richtig geil gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du das sehen solltest. Und ja, dann hatte ich irgendwann Urlaub. Dann haben sich beim Putzen meine Nägel halt alle auf einmal abgelöst, weil ich halt echt scharfe Reinigungsmittel und keine Handschuhe verwendet habe. Und dann kam halt der Gedanke, dass ich gesagt habe, komm, jetzt gehe ich mal weg von den Gelnägeln und versuche halt wirklich nur Nagellack zu verwenden. Und da habe ich meine Liebe zum Nagellack halt voll entdeckt. Und seit ein paar Monaten mache ich sogar jeden Nagel in einer anderen Farbe, weil ich es einfach liebe, dieses Rainbow-Nägel-mäßige Gedönsen. Vielleicht irgendwann habe ich Bock auf Klebenägel, aber eigentlich nicht. Nee, deswegen. Also die werden jetzt nicht bei mir bleiben. Ja, dann habe ich hier tatsächlich passend dazu ein Nagellack drin, sehr schön. Eine schöne Farbe von Alessandro Nail Polish. Das ist, welche Farbe ist das denn hier? Alua Hawaii, Alua Babe. Ja, das ist so eine Rosa. Ich müsste aber tatsächlich schon ziemlich viele Rosatöne haben. Ich gucke mal rüber, so vor allem von Essie oder so. Ja, von Essie habe ich einen, der sehr, sehr ähnlich dazu aussieht. Das heißt, der wird auch nicht bei mir bleiben. Ist aber auch nicht schlimm. Ich habe immer genug Möglichkeiten, das weiterzugeben. Oh, ich sehe noch ein Nagellack, da muss ich kurz mal runterbuddeln. Der sieht geil aus. Der bleibt. Boah, ist der schön. Von Essie. Liegt jetzt nicht an der Marke, Leute. Don't be spotted. Das ist nämlich so ein Orange mit so einem Goldschimmer drin. Also das ist ja schön. Der ist schön spektakulär und der bleibt bei mir. Wow. Essie Nagellacke. Manche sind richtig geil, manche sind richtig furchtbar. Manche lassen sich super bei meinen Nägeln auftragen, halten echt klasse und manche lösen sich schon nach einem Tag bei mir ab. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe halt sehr, sehr runde Nägel, wie man vielleicht sehen kann. Deswegen haben die Nagellacke ist bei mir halt echt nicht leicht. Aber diese Schimmerlacke von Essie haben bislang immer sehr, sehr gut bei mir funktioniert. Geil. Guck mal, das hast du hier alles schon in der Glowback drin. Hammer. Von Sukin Hydration Biomarin Facial Serum. Das ist Parabenfrei mit Hyaluronsäure, Seealge, Meize-Komplex, keine Ahnung. Und das soll die Haut halt super krass hydratisieren. Sukin ist eine ganz tolle Marke. Die hatte ich jetzt auch schon in vielen Beautyboxen drin. Ich glaube auch schon in der Vegan Beauty Basket. Und das ist halt echt sehr, sehr natürlich, sehr hautfreundlich und ich habe eine sehr empfindliche Haut. Da muss ich mal schauen, ob ich das tatsächlich auch dann für das Gesicht verwenden werde. Müssen wir mal schauen. Das ist mir jetzt nicht nochmal bequem hinbelegt, ne? Geil. Okay. Wir haben hier immer noch was drin. Das ist ja Wahnsinn, Leute, ne? Krass. Okay. Hier habe ich von 4711 Remix Cologne Refreshing Tissues. Drei Sorten Erfrischungstücher. Sind das Deo-Tücher? Da hast du zehn Stück drin. Orange, Zitrone und Neroli. Im Zug vom... Ach für... Hä? Weiß ich nicht. Da ist ein Zug abgebildet, ein Fernseher, ein Handy, Sport, Auto und Essen und Trinken. Ist das für die Hände vielleicht, dass man sich selber so ein bisschen die Hände damit fresh machen kann? Wahrscheinlich, ne? Ja. Das sind solche klassischen Tücher für die Hände. Ja, muss ich mal gucken. Stay clean and fresh. Ja, ja. Das sind solche Hände Reinigungstücher, was ja zur aktuellen Zeit auf jeden Fall eine ganz praktische Kiste ist, ne? Ja. Wird man jetzt nicht unbedingt gerne in solchen Boxen dran erinnern, dass wir eine furchtbare Zeit haben, aber okay. Es ist ein Produkt. Catrice Sensitive Moisturizing Serum Milk, die wollte ich echt schon mal ausprobiert haben. Pre- und Probiotic Complex, 2%. Keine Ahnung, Parfüm frei für sensible Haut mit veganer Reismilch und ein Komplex basierend auf Prä- und Prä-Probiotika zur Unterstützung des Hautmikrobioms und Stärkung der Hautbarriere. Okay. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Schön. Dann habe ich hier noch von Gani Hautklar etwas mit dabei. Das ist eine feste Gesichtsreinigung mit Kohle. Äh, nee, eine feste Reinigung. Das kannst du für Gesicht, Hals, äh, nein, Gesicht, Rücken und Hals verwenden. Das ist auch cool, weil da neigt man ja auch gerne mal so zu Unreinheiten, ne? Gerade so im Nacken habe ich das auch so Richtung Sommer sehr auf diese Hitze wickeln und sowas. Das ist schön. Zu Unreinheiten neigender Haut, genau. Und diese festen Produkte sind ja immer mehr am Kommen. Richtet sehr frisch hier raus, aber finde ich spannend. Das finde ich echt spannend. Das Produkt habe ich schon da, das finde ich ganz gut. Das ist von Alverde der Rose Tinted Highlighter. Das ist ein Flüssig-Highlighter. Auch das wird dann aus meinem Bäcker, also aus meinem Schrank, aus meiner Sammlung dann in das Full-Face mit reinkommen. Das ist ein schöner, sehr dezenter, zurückhaltender und, ja, netter Highlighter. Und Liquid-Highlighter sind ja auch in. Dann haben wir noch die Back, die du super als Turmbeutel oder als Shopping-Back benutzen kannst. Und jetzt haben wir die komplett geöffnet. Schön! Also, eine lohnenswerte Geschichte kann ich euch empfehlen. Verlinke ich euch in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!